Aus den Botschaften der Freude Liebe Freundin, lieber Freund, Wenn du Wertschätzung und Liebe für etwas empfindest, bedeutet dies, dass du in die Schwingung deines Herzens eingetreten bist und dein Leben nun natürlich fließen kann. Es gibt nichts Besseres als dies. Halte also Ausschau nach etwas, das du lieben kannst. Entdecke neue Wege, auf denen dein Leben blühen und aufgehen kann. Du hast so viele Möglichkeiten und Chancen.